Eines der zentralen Lernmodule ist die Intubation. Wir haben Videos gemacht als Best-Practice-Beispiel. Es wird einem da gezeigt, was zum Beispiel in einer Schublade drin ist. Mein Name ist Björn Lüttke, ich komme aus der Anästhesiologischen Klinik und wir sind in der Lehre verantwortlich für Anästhesie, Intensivmedizin und Notfallmanagement. Unser digitales Lernformat ist als ein Flipped Classroom-Konzept aufgebaut, in dem die Studierenden vorab Lehrinhalte nochmal rekapitulieren und das Wissen vertiefen, was sie dann in der Präsenzphase anwenden. Eines der zentralen Lernmodule ist die Intubation. Das macht den Studierenden auch immer sehr, sehr viel Spaß. Und da haben wir ein Four-Step-Approach realisiert, in dem wir mehrere Filme hintereinander geschaltet haben. In dem ersten Film wird einfach nur so eine Atemwegssicherung gezeigt. Im nächsten Schritt wird sie dann erklärt. Und im dritten Schritt müssen die Studierenden, hält der Film an verschiedenen Positionen an, und die müssen sagen, was der nächste Schritt jetzt wäre. Und da haben wir auch unterschiedliche Fragemodule eingebaut. Einmal haben wir eine offene Frage, dann haben wir eine Auswahlfrage. Also so, dass man da auch nicht voneinander mehr oder weniger abschreiben kann. Also das war uns auch ganz wichtig. Und den vierten Step, den kann man leider nicht digital machen, oder den kann man einfach nicht digital machen. Und der wird dann in der Präsenzphase am Intubationsphantom trainiert, wo man dann zum Beispiel auch mit diesem Handbeatmungsbeutel die Beutelmaskenbeatmung trainieren kann. In den anderen Modulen haben wir verschiedene Medien eingesetzt. Wir haben Videos gemacht als Best-Practice-Beispiel zum Beispiel. Es gibt Hotspot-Bilder, auf die man zum Beispiel draufklicken kann mit der Maus. Und dann wird einem da gezeigt, was zum Beispiel in einer Schublade drin ist, oder welches Gerät dort jetzt zum Beispiel im OP oder bei der Notfallversorgung steht, welches man da anwenden kann. Das kann man sich anklicken und das kann man dann auch sich erklären. Früher haben wir das so gemacht, dass wir auch nochmal dieses Wissen rekapituliert haben. Aber das haben wir in der Präsenzphase gemacht, indem wir entweder einen Vortrag nochmal gehalten haben oder die Studierenden anhand von verschiedenen Formaten, wo die miteinander gearbeitet haben, sich Wissen erarbeitet haben und das dann präsentiert haben, haben wir das rekapituliert. Aber das hat extrem viel Zeit in der Präsenzphase eingenommen. Und jetzt haben wir dies quasi ausgelagert und können dann in der Präsenzphase uns konzentriert mit dem Spezialequipment, was wir nur in dem Simulationszentrum zur Verfügung haben, beschäftigen und da dann auch im Team trainieren. Weil man kann ja so einen Patienten, so einen kritisch kranken Patienten auch nicht alleine versorgen, sondern muss es immer im Team versorgen. Und das trainieren wir dann in dieser Präsenzphase. Dieses Lernmodul, das war quasi verpflichtend als Eingang für die Präsenzphase. Und das haben wir auch immer kontrolliert, dass das gemacht wurde. Man musste das Modul letztendlich komplett durchgearbeitet haben und das war dann die Eingangsvoraussetzung. Bei den Studierenden kam das Format eigentlich ganz gut an. Wir hatten eine Eingangsevaluation gemacht, also vor dem elektronischen Lernmodul. Wir hatten nach dem elektronischen Lernmodul eine Befragung gemacht und wir hatten nach der Präsenzphase eine Befragung gemacht. Und man kann sagen, dass es letztendlich mit der Note 1,5, Schulnote 1,5 bewertet worden ist, so ungefähr. Und wir sind eigentlich ganz zufrieden und die Studierenden waren auch zufrieden, haben dann auch häufig uns Rückmeldungen gegeben, was noch zu optimieren ist. Da haben wir dann eben versucht, was man machen kann, haben nach Lösungen gesucht, weil wir eben auch mit dieser Lernplattform in einem gewissen Korsett uns bewegen und da leider nicht alles möglich ist, was wir uns manchmal auch wünschen würden. Den Studierenden hat jetzt zum Beispiel dieses Best-Practice-Beispiel gut gefallen, auch dass sie sich zum Beispiel diesen Four-Step-Approach mehrfach angucken konnten und nicht nur einmal gesehen haben und sie konnten das einfach zu dem Zeitpunkt auch unterbrechen, wenn sie jetzt nicht mehr konnten oder was anderes war. Und dann konnte man da einfach wieder starten oder hat es dann einfach nochmal aufgerufen. Und das trägt letztendlich dazu bei, auch zu einer Standardisierung, dass sie wirklich das Gleiche auch immer wieder sehen und auch lernen. Für die Lehrenden macht es viel mehr Spaß, auf vorbereitete Lernende zu stoßen und weil man auf einem wesentlich höheren Niveau anfangen kann und man kann dann viel mehr aus dem Nähkästchen plaudern, man kann das mehr mit klinischen Fällen verknüpfen. Und das ist ja auch eines der zentralen Elemente. In einem Lernmodul werden mehr oder weniger Fakten beigebracht, die dann in der Präsenzphase mit Fall basiert weitervermittelt werden. Und an Fällen lernen wir ja wirklich jede Menge. Und das ist letztendlich der größte Schritt von dem Faktenwissen in prozedurales Wissen. Und das versuchen wir dort mit zu vermitteln. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Ja, also wir wollen auf alle Fälle dieses digitale Konzept weiter ausbauen. Wir wünschen uns, dass es lehrdeputatsrelevant wird. Und mittelfristig wollen wir dann eben, wir haben ja zwei Kurstage, also zwei Präsenztage, und wollen die noch ein Stück weiter auseinandersetzen und da nochmal eine digitale Lernphase zwischenschalten, sodass sich dieses Wissen noch weiter verfestigen kann. Weil Notfallwissen bzw. zur Versorgung von kritisch Kranken muss ja dann immer ad hoc abgerufen werden. Und davon versprechen wir uns einfach nochmal eine weitere Verstetigung dieses Wissens. Das Untertitelung des ZDF, 2020